und ich glaube wenn ich das video hochlade haben wir gerade noch diesen code fliegenpilz 24 für 24 prozent und es geht auf jeden fall gerade die selbstliebe challenge los und der ex detox ja heute kam mal eine frage zum thema narzissmus im berufsleben also ich will ich ja echt habe ich 2021 zum narzissmus freien jahr mache ich kann das wort weil ja sicherlich also es gibt nicht viele also das wort wird ja immer so breit benutzt also mit einer wirklichen narzisstischen persönlichkeit schon gibt es nicht viele menschen ja viele menschen oder alle menschen haben ja oder weniger irgendeinen narzisstischen anteil den sie leben können oder auch nicht leben können manche mehr manche viel mehr und ja auch im berufsleben gibt es überraschung menschen die sehr machtbewusst sind oder auch egoistisch und überraschung die tummeln sich in führungspositionen weil warum weil sie oft gute da soll ich mal sagen zu einer gewissen schäu klacken schäu klappen mentalität nimm mal steve jobs hier also jetzt nicht dass ich sage steve jobs wäre ein narzisst gewesen auf gar keinen fall aber steve jobs war bestimmt kein soll ich mal sagen also laut seiner biografie nicht unbedingt der netteste menschen beruf der hat einfach sobald jemand nicht aus seiner sicht nicht funktioniert hat da wurde da rausgeschmissen hat darauf persönliche dinge da nicht viel rücksicht genommen und das war vielleicht nicht schön für die mitarbeiter aber es hat gute produkte gebracht also das ist habe gehört dass manche firmen gezielt so leute einstellen einfach weil es aus sicht der firma funktioniert also muss immer wieder beruf reden aber selten gemacht muss man sich mal wieder klar machen dass es die sicht des arbeitnehmers gibt und es gibt die sicht des chefs oder führungskraft und die liegen fundamental auseinander wenn man beide positionen inne hatte also führungskraft machen ja noch gehen aber insbesondere chef da sieht man die welt ganz anders das kann ich euch sagen also das ist jetzt nicht eine sicht richtig und die eine falsch aber da gibt es fundamentale unterschiede wie man ja wie man die welt sieht so das ist so also wie gesagt da ist jetzt nichts falsch oder richtig das ist einfach nur dass man ja einen anderen blick hat und einen anderen sozusagen andere scheuklappen und ja so grüß dich christian ich verfolge deine arbeit schon länger und habe bereits vieles an inspiration für meine eigene beziehungsgestaltung mitnehmen können da ich in deiner letzten twitch streams aufgeschnappt habe dass du früher regelmäßig teambuilding master angeleitet hast welche dankbar wenn du etwas zum thema narzissmus im berufsleben machen könntest twitch ja immer mindestens mittwoch und sonntags 20 uhr wenn ich es schaffe vielleicht sogar öfter da ich als weibliche führungskraft in einer technisch männernumierten branche immer wieder in berührung komme damit beschäftige ich mich das thema seit einigen jahren zunehmend mehr den höhepunkt einer solchen begegnung hatte ich letzten jahres als ich das unternehmen wechselte ohne jetzt zu stark ins detail zu gehen wollen habe ich im zuge dieser begegnung interessante beobachtung gemacht auf die ich selbst noch keine klare antwort erhalten konnte relativ schnell besticht mich das gefühl bei stark narzisstischen kollegen dass sie einem zu schnell zu nah kam ja also ich will jetzt an deiner wahrnehmung überhaupt nichts wegnehmen war bestimmt schlimm aber nicht alle leute die sich unnett asozial verhalten sind narzissen so also wir können nicht einfach ein großteil der bevölkerung wie ein label dran packen so ne da muss einfach sagen mit bestimmten menschen ja ich mag den stanz teil nicht ich mag deren umgang nicht mit mit teams ja ich mag den umgang nicht mit 3d beziehungen täte opfer beziehungen ja sei du die veränderung man kann die aus dem opfer sag ich jetzt an jeden so geht aus dem opfer raus lebt euer leben lebt anders vor mehr kann man ja letztlich nicht machen obwohl das setting überhaupt nicht passte wurde ich mit privaten problemen und lebensumständen ihrerseits konfrontiert wo ich nie ganz verstanden habe was ihre intention war einem von null auf hundert so viel vertrauen gegen zu bringen ja das macht unangenehm sein aber mein gott menschen tauschen sich gerne aus und vielleicht war es vielleicht war es unpassend aber nicht allen menschen fällt es so leicht doch im privatleben so zu trennen also vor allem das heißt es nicht unbedingt dass es ein narzisst war so ne auch überkam ich gefühle bei denen ich mir nicht sicher war ob das wirklich meine waren gut das können wir alle gerade im lockern sind wir ja in so einer riesen so einem riesen suppentopf hier kann man sich jeden tag fragen die gefühle die man fühlt sind das eigentlich meine gefühle oder fühle ich gerade das kollektiv ja das ist schwierig ne da ich mich so überhaupt nicht kannte starke unsicherheit wenn ich mich mit diesem menschen allein in einem raum fühlte körperverspannung schuld oder schamgefühle ja offensichtlich mich trägt er dich an es machte den anstand auf mich als ob sich ihre unsicherheit auf mich übertrug also wenn du gefühle fühlst ist nur einer dafür zuständig und das bist du also das kann man natürlich sagen ja jemand anders hat es angetriggert oder jemand anders hat diese situation inszeniert in der ich mich jetzt befinde aber ja gut ich meine klar wenn jetzt jemand keine ahnung was soll ich mal sagen wenn dir jemand den arm abhackt dann kannst du natürlich sagen ja es tut weh und dieser mensch hat mir den arm abgehackt und jetzt tut es weh drastisches beispiel aber so jetzt sage ich mal bei diesen einzelnen alltagssachen man fühlt irgendwas wie soll man denn da die verantwortung geben ja jemand anders hat es angetriggert jemand anders hat diese situation mit inszeniert aber deine gefühle sind deine das gilt immer je mehr nähe diese kollegen suchen je distanzierter wurde ich in der besagten firma hatte ich regelrecht das gefühl in irgendwas verstrickt zu werden ja das ist der normale alltags wahnsinn solche empfindungen hatte ich bisher nicht zuvor ja also wie gesagt ich will jetzt gar nicht abtun es gibt sicherlich schönere arbeitsumgebung es gibt weniger schöne und es gibt saubere arbeitsumgebungen und es gibt welche die toxisch verstrickt sind oder lassen wir das wort auch praktisch mal weg die verstrickt sind ja das ganze bringt eine gewisse dynamik hervor denn wenn ich mich zunehmend davon versuche innerlich abzugrenzen ich kann ja schlecht die zusammenarbeit verweigern kippt das verhältnis und ich werde zum täter gemacht wollte ihn nur etwas böses sein kaltherziger äußischer mensch blablabla mir ist bewusst dass das wahrscheinlich einfach nur projektionen sind ja also was andere menschen wiederum deren gefühle sind deren gefühle es ist nicht deins das ist was die dann fühlen ist wiederum deren sache also ja da kann man natürlich immer gucken ist da was dran und dann kommt man vielleicht zum kommt man vielleicht zum zum ergebnis nichts nichts dran dann hackt man es ab kommt man zum gefühl da ist ein bisschen was dran kann ich ein bisschen was machen aber ich empfehle auch mal das video das drama dreieck was ich mal gemacht habe das ist insbesondere für menschen die sich so im pluspol sehen super wichtig konnten wir auch neulich schön wieder sehen auf ab und zu verfolge ich ja sowas mal auf instagram mit dieser sandra von love island die da mit ihrem freund gesagt wir machen jetzt eine gute tat wir wollen irgendjemand eine küche schenken und wie das schief gegangen ist müsst ihr wirklich mal verfolgen kann man auch sicherlich irgendwo auf youtube instagram gucken wie grandios das schief gegangen ist ja klar die natürlich wollten die likes haben klicks haben wie wir alle irgendwo aber fest steht ist die beiden wollten jemand eine freude machen haben küche besorgt haben die mit dem transporter dahin gebracht und haben nur ärger damit gekriegt und das ist typischer typisches beispiel vom drama 3 jetzt kenne jetzt diese was du jetzt schreibst ich was jetzt müsste man viel mehr details ein bisschen so ne aber nur projektionen sind denn angesprochen fühle ich mich davon nicht da ich meinen mitmenschen sehr wohlgesonnen gegenüber auftrete ja wenn das reichen würde dass ein mitmenschen wohlgesonnen gegenüber auftritt wenn das reichen würde dass die auch wohlgesonnen sind das natürlich vollkommen recht das wäre schön ja für mich ist das eben ein professionelles verhältnis und dementsprechend offenbare ich mich im büro so gut wie gar nicht und steige auf ihr beziehungsangebot nicht ein ja hört sich muss ich jetzt auch mal inhaltlich mehr darauf einzugehen hört sich eigentlich richtig an wie du das händelst würde ich auch so sagen also ja klar also ich meine die trennung zwischen beruf und privat manche berufe brauchen das mehr manche weniger ist natürlich auch schön ein bisschen zu menschen im berufsleben aber manchmal ist es gerade wenn das so hierarchieübergreifend ist es vielleicht auch nicht angebracht absolut ne aber vielleicht gibt es ja auch wenn du dich da fühlst du solltest ja in jeder größeren firma auch strukturen geben mit denen du mal reden kannst da ich mir bei derartigen charakteren nicht sicher bin ob das eine sonderlich gute idee ist bis hierhin kein problem für mich gut auch wenn das ständige abgrenzen anstrengend ist allerdings endet es dann nicht selten in einer art machtkampf weil ich mir gewisses verhalten nicht bieten lasse ja ja gut das ist natürlich klar das ist manchmal wie in beziehungen also machtkampf kann man immer annehmen oder man kann ihn nicht annehmen so ich finde man sollte ein machtkampf nicht annehmen weil dann ist man sofort in 3d drin täter opfer kram und ein machtkampf nicht annehmen heißt natürlich nicht dass man sich nicht abgrenzt und wehrt das heißt es nicht es heißt nur dass man nicht zurückversucht die oberhand zu gewinnen und jemand auszutricksen und es heißt nur man wehrt sich man sagt nee ich weiß nicht kein bock drauf wo ist hier das hr wo ist hier der person mit der ich reden kann kann ich mit dieser person reden gibt es einen oberchef mit dem ich reden kann was will man sonst machen und manchmal ist es auch gut wie sagt meine freundin mal komplementäre beziehungsgestaltung zu machen und einfach sich kontrollieren zu lassen und zu sagen ja kontrollieren mich doch das ist mir doch latte wenn es jetzt nicht so wichtige sachen sind also ich habe war ja nur ein paar jahre angestellt und ich habe den fehler ist auch schon ewig her den fehler gemacht damals dass ich auch immer so machtkämpfer gegangen bin wo ich einfach also weil weil jemand da immer alles was ich mache wollte jemand kontrollieren und kontrollieren da ist und hätte ich einfach sagen soll ja mach doch kontrollier doch alles aber dann der moment wo man so gegen angeht wo man so gegen angeht und nein und will ich nicht und das darfst aber nicht aber natürlich kann man das nicht bei allen sachen machen wenn die jemand wirklich einfach die scheiße behandelt der natürlich sollte man dann gegen angehen und letzten endes ist es immer das ist auch das gleiche wie in beziehung letztlich gibt es ist auch im job ich meine ich will es überhaupt nicht sagen dass es live das wieder jemand schreiben mir ist ja ganz schwer im job ja auch ein mindset aber letztlich gibt es auch eine trennungskompetenz dass man einfach sagt keinen bock in so einem umfeld zu arbeiten wenn man sich ändern kann kann man sich ändern und aber dagegen anzukämpfen ist tatsächlich keine gute idee da ja meine frage an dich wie kann ich die beziehung mit starken arzistischen menschen wir wissen nicht ob das narzisten sind form soll es narzisten sein können einfach es können auch auch plus bohle können total anstrengend sein also vielleicht sind das menschen sind einfach total nie die wort er war wie kann ich die beziehung mit narzistischen menschen so gestalten dass es halbwegs harmonisch ablaufen ohne dass ich mich komplett verliegen müsste also wenn es wirklich narzisten sind oder wären wüsste ich nicht wie soll ich ganz ehrlich weil dann hast du eh keine chance weil so ein narzist ist ja teilweise extrem auf seinem gleis und zieht das durch und ja und ist glaube ich an harmonie nicht so interessiert außer zu seinen bedingungen und da kannst du sagen ja ich gehe jetzt aus meinen opfergefühlen raus und finde eine lösung die jetzt nicht machtkampf ist machtkampf ist 3d so ne meistens eskalieren solche konflikte es gibt gewinner und verlierer ja das ist 3d das ist also und wenn ja wenn du mit jemandem machtkampf gehst der auch noch hierarchie ebene über dir ist und vielleicht besser vernetzt ist als du ja vielleicht verliert man die dann obwohl man im recht ist oder man moralisch aber wen interessiert es denn in dieser welt ob du moralisch besser gestellt ist oder interessiert doch niemand also vielleicht ja wenn du jemanden findest jetzt interessierten hr oder so ja ansonsten vertraue auf deine eigenen fähigkeiten zu sagen wie habe ich zumindest keinen bock drauf klar man kann immer gucken immer eigene spürt welche sauberheiten habe ich da doch irgendwas mit zu tun dann stellst du vielleicht was habe ich nichts mehr zu tun und und wie gesagt was ihr meinte mit komplementärer beziehungsgestaltung das ist jetzt nicht verbiegen das ist einfach sagen ich gehe mit dem geringsten widerstand dadurch so ne ich will einfach nur mein geld da verdienen und in der zwischenzeit gucke ich schon mal was ich bin ich woanders arbeiten kann und ich gehe einfach mit weil häufig ist es das ego was dann unbedingt gewinnen will und nicht verlieren will ist ja auch verständlich wie gesagt wir dürfen unser wenn man ins ego geht dann geht man eben ans ego und manchmal macht es ja auch spaß ins ego zu gehen klar wenn man gewinnt aber ja wenn das irgendwie nicht klappt würde ich mich da daran nicht aufreiben jetzt so ne ich würde das gerne zukünftig konstruktiver gestalten wollen ja letzten endes wie gesagt gelten die gleichen sachen wie beziehungen standards und dealbreaker wenn standards sind verhandelbar dealbreaker gibt es auch im job und dann klar ist weiß ich nicht manchmal ist es einfacher im job zu gehen als in der beziehung manchmal ist es schwerer aber manchmal geht es vielleicht gar nicht wobei ich jetzt muss man wirklich prüfen ob es wirklich 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 gar nicht geht aber letzten endes sich im job jetzt kaputt machen zu lassen durch durch sagen wir mal im extrem verlinkten mobbing oder dass man muss ja nicht immer morgen sein dass man irgendwie ausgegrenzt wird oder dass man für lange banke schoben wird dass man keine dass man ausgehungert wird oder gar nicht zu tun hat oder macht ja kein job soll ja auch spaß machen so und ich meine wir sind ja nicht mehr in der zeit wo man ja also nicht gezwungen wurde sachen zu machen ja sollte man vielleicht wirklich überlegen was mache ich denn dann und das ist wie bei beziehungen wenn es nicht funktioniert kann man weitergehen und wenn man fünfmal weitergehen muss warum nicht muss man fünfmal weitergehen und aber klar sollte man immer versuchen das zu regeln aber nicht in einem machtkampf in diesem sinne wir werden uns bald wieder sehen vielleicht schon auf twitch ein ein Untertitelung des ZDF, 2020